Wenn du mal Bescheid sagst, er will das Spiel dann aufnehmen, vielleicht sieht man es, ja. Das wären natürlich die Hütten, ja. Bei was? Vielleicht sieht man es ja beim Spiel, ja. Dann Opa will es aufnehmen. Darauf sagst du deine Geste, ja, wenn man vollendet hinschaut. Wir singen G-genial. G-genial, ah, G-Punkt. G-Punkt-genial. Vorstand Nummer 2, bitte nehmen Sie sich an den Bleistift, den Ihnen Vorstand 1 in die Finger drückt. Und malen Sie bitte hier einen Kreis und da einen Kreis. Soll ich mich versaut, holen wir. Ups. Ja, Ups, ja, der Ups. Jetzt ist der leider schon wieder gelaufen. Eben, die Blattung muss immer drin sein. Aber ich habe es nicht schaltgebracht. Juhu. Ja, wir sind nass, oder? Juhu. Aber ist was noch fehlt bei unserer Ausstattung, unserer Stiebel? Wir bauen auch heute auf dem Stiebel. Ich habe noch Glanz. Ich nehme mal deinen Schmarrn. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja, von wem ist denn der eigentlich? Dann hat einer so noch viertel Bein geschläft. Keine Ahnung. Ist der Dahl, oder? Nein. Steh vor. Die anderen Sachen, glaube ich, Ott. Und die anderen Sachen, Bundahl. Ah, ja. Was hat die? Ja. Ott. Bundahl. Busseberg. Schindert. Stefan hat Hunger. Nein, nein, einfach so. Ist cool. Ich habe mal ein Bleistück mit dabei. Ich kann gerade nicht. Sonst stehe ich wieder hoh. Gut so. Ja, wenn man halb wieder denkt. Ja, wenn man halb wieder denkt. Ich kann nicht drinnen. Denken bringt nichts. Er macht gar nichts. Ey, das sieht aus wie Kaffee. Mein Schatz. Das ist kein Kaffee. Ob Igor. Igor, wohl. Haha, Igor. Ich glaube, ich bin dir nachgefahren. Igor. Er guckt nur ein bisschen saudumität. Igor. Haben wir nicht Stift gesehen auf der Woche? Ja. Stift. Igor, der Stift. Dreh raus. Tschüss. Stift, du Stift. Du weißt, was passiert ist, wie du das letzte Mal gesagt hast. Nein, da habe ich so. Nein, da habe ich so, ich drehe zurück. Es ist selber. Nein, doch. Hä? Was war da? Wenn du austreten, drehtst du auch zurück. Nein. Kannst du nicht austreten und weiter zu einem General sein? Ich kann austreten. Jetzt hast du schon mal gesagt, dass er zurück hat er bluten müssen. Das gleiche, wenn du schon rausgekommst bist. War der verhängnisvoller Obensteller im Drehspiel. Ja. Wir trinken Alkohol. Wir trinken nie Alkohol. Sie trinken nie Alkohol. Alkohol ist scheiß. Ja, scheiß Alkohol. Keine Harsch. Perfekt. Haben Sie ein Problem mit Alkohol? Nee, ohne. Nee, ohne. Ach gut, war das geil. Einmal hier. Echter Fenster. Raft. Keine Harsch. Es reicht nur von dem Bus. Herr Vorschein, jetzt muss ich hier ein Blastift. Bitte, danke. Das kostet Geld. Ich bin urheberrechtlich geschützt. Dann hat das Ding verwackelt ohne Ende wieder. Guck, dass du wenigstens das mal richtig rumhast. Hab ich. Gehen wir noch holen, Bengalo. Bring uns mal. Bring uns mal. Komm mal durch zum Stopp. elsonium.